rentenkatastrophe ungeahnten ausmaßes steuern wir in die massenhafte altersarmut mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de meine damen und herren heute ist der 8 märz 20 und 24 heute ist der weltfrauentag meine damen und herren eigentlich ein tag an dem man feiern sollte an denen wir unsere frauen vor allen dingen feiern sollten aber ich nehme das natürlich zum anlass um auch kritisch zu hinterfragen was ist denn eigentlich mit unserer gesetzlichen rente rente los wie sieht deren zukunft aus ist die rente armutsfest meine damen und herren ich kann ihnen nur eins sagen wir steuern in deutschland auf eine rentenkatastrophe ungeahnten ausmaßes zu nicht nur dass wir jetzt schon aktuell im jahr 2024 altersarmut unter rentnern haben man kann sagen flächendeckend ja also flächendeckend würde ich nicht sagen wenn es nur in anführungsstrichen ein paar zehntausende wären nein wir haben schon millionen menschen rentnerinnen und rentner die altersarm sind obwohl sie lange gearbeitet haben meine damen und herren aber nicht nur ich stehe da allein da sondern auch ein beitrag im merkur und der sagt vom achten dritten 2024 der herr rümpel jetzt droht vielen die altersarmut herr rümpel nein es droht nicht jetzt vielen die altersarmut wir haben sie schon was sie meinen es es wird natürlich noch viel schlimmer für die zukunft und das ist doch der schuh den wir daraus drehen müssen wenn wir uns die durchschnittlichen wenn wir uns die durchschnittlichen rentenzahlungen in deutschland aller renten anschauen ist das wirklich nur noch zum wegheulen ja also ich mache es noch mal so zum wegheulen dass die bundesregierung ich komme gleich noch dazu warum zum wegrollen die bundesregierung wird das rentenniveau auf 48 prozent festschreiben das wird ohne beitragserhöhung nicht zu finanzieren sein die geburtenstarken jahrgänge die baby boomer gehen in rente und das ist genau der punkt warum hier ein weiteres risiko für altersarmut entsteht weil gerade jetzt auch renten jahrgänge in rente gehen die nach 1990 ganz besonders doll von arbeitslosigkeit von harz 4 von arbeitslosengeld jetzt von bürgergeld auch von bürgergeld betroffen waren von schlecht bezahlten jobs zeitarbeit arbeitnehmerüberlassung all dieser irrsinn der dazu geführt hat dass rentenrechtliche ansprüche geschmälert worden sind dann auch noch einer der ganz großen punkte den ich immer wieder kritisiere auch dass viele menschen von ihrem bruttoeinkommen in betriebsrenten eingezahlt haben die bei weitem nicht die erwartungen erfüllt haben die sie hätten erfüllen sollen im gegensatz dazu beamtinnen und beamte ja schon fast paradiesische pensionen bekommen hingegen betriebsrenten sozusagen auch noch für eine schmälerung der rentenrechtlichen ansprüche in der gesetzlichen rente gesorgt haben auch das habe ich ihnen schon erläutert warum das so ist da will ich jetzt mal nicht mehr darauf eingehen und die durchschnittsrenten in deutschland die sie hier sehen das ist für eine gruppe der rentnerinnen und rentner nur gedacht die 35 oder 45 jahre arbeiten da liegen wir bei 1500 euro das ist aus meiner sicht völlig daneben denn wenn ich mir alle renten angucke dann bleiben nämlich nachher zum schluss nur noch 1000 euro übrig hier ist das sozusagen mal aufgemalt mal aufgetröselt das ist praktisch der rentenbetrag der auch von der deutschen rentenversicherung in den statistiken bekannt gegeben wird dazu hatte ich auch schon mal was gesagt ich habe da auch in die statistiken reingeguckt das ist tatsächlich so das heißt also 500 euro weniger unter dem was bei einer altersrente für langjährig versicherte hier rauskommt aber wir wissen ja auch dass die altersrente für langjährig versicherte nicht für alle rentnerinnen und rentner gezahlt wird es gibt ja auch viele die nur 20 jahre ins system eingezahlt hat oder die teilzeit arbeiten waren und 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 ganz besonders schlimm trifft es unsere frauen das muss ich heute zum weltfrauentag mal sagen ganz besonders schlimm trifft es unsere frauen deren erwerbsbiografien oft von erziehung und teilzeit geprägt waren es ist so ja und was auch noch ganz schlimm ist dass frauen immer noch deutlich weniger im einzelfall deutlich weniger verdienen als männliche kollegen es ist ein unerträglicher zustand und die deutsche politik hat es bis heute nicht geschafft bis heute nicht geschafft dieses system der ungleichbehandlung zu beenden das heißt also frauen werden weiterhin in deutschland schlechter behandelt als männer warum ist das so frauen bekommen naturgemäß oft kinder kinder müssen erzogen werden ist so frauen bleiben dann zu hause oder gehen in teilzeit arbeiten haben lohnverlust haben rentenverlust dadurch und das ist schlichtweg ein skandal ja das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen der durchschnittsbetrag der renten für frauen ist mit fast 400 euro niedriger als männer und das geht doch wohl gar nicht meine damen und herren und deshalb sage ich schlicht und ergreifend wir brauchen in deutschland eine sofortige umkehr im rentenversicherungssystem wir brauchen eine sofortige erhöhung des rentenniveaus wir brauchen eine erwerbstätigen versicherung wir müssen endlich dafür sorgen dass frauen besseren zugang zum arbeitsmarkt haben für vollzeit beschäftigte stellen wir müssen dafür sorgen dass unsere bildung in unserem land das ist das höchste gut neben der gesundheit natürlich was wir in deutschland haben dazu müssen wir viel mehr geld investieren in unsere bildung und nicht in eine entschuldigen sie bitte in eine so blöde aktienrente wie es im grunde genommen jetzt mit schulden finanziert durch den herr lindner passieren soll meine damen und herren bildung ist die beste rente für uns alle näheres zu diesem thema finden sie auf www rentenbescheid24 die ich rentenberater peter knöppel stehe für eine starke gesetzliche rente mit einer einheitlichen erwerbstätigen versicherung für alle ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel